Hallo zusammen, willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Joshua Maschia, unser Herr und unser Elohim. Halleluja! Joshua, danke für diesen Moment, danke für dein Wort. Danke, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen, Joshua, und dass wir auch dein Wort weiter verbreiten dürfen. Im Namen Joshua Maschia. Amen. Amen. Halleluja! So, ich möchte also heute mit dem Thema, ist Joshua Maschia, der Vater, also Yahweh, die Frage wollen wir also beantworten. Das ist, ich finde, sehr, das ist sehr wichtig, also dass die, dass die Christen, dass wir alle das also verstehen. Halleluja! In der Bibel, in Matthäus Kapitel 16, hat Joshua Maschia die Frage gestellt. Er hatte seine Jünger die Frage gestellt, ja, was sagen überhaupt die Leute, wer ich bin? Also, das ist schon eine wichtige Frage. Was wissen überhaupt die Leute, was sagen sie, wer bin ich? Und dann sagte Joshua Maschia, fragte ganz direkt zu den Jungen, okay, das ist, was die Leute sagen, aber was ist mit euch? Also, was sagt ihr, wer bin ich für euch? Und diese Frage stellt uns Joshua Maschia alle. Alle, die sich also als Christen bekennen, müssen wissen, wer Joshua Maschia ist. Ich erinnere mich also, bevor ich also diese Erleuchtung oder diese Offenbarung von Joshua Maschia hatte, war ich verwirrt. Und da gibt es viele Christen, die auch verwirrt sind. Sogar in unseren Gebeten, wir beten, man spricht also erstmal, da gab es also lange Gebete, man konnte also sogar ein, zwei, drei Stunden beten, weil man erstmal also mit, ja, mit dem Vater geredet hatte. Du siehst also Leute, die bieten erstmal, oh, Vater unser, man spricht also zum Vater und dann kommt der Moment also, wo man also irgendwie, ah ja, okay, ich habe die ganze Zeit also mit dem Vater geredet, jetzt will ich also mit dem Sohn reden. Und dann betet man also zum Sohn, ja, Sohn, ah, da, 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 aha. Und dann kommt der Moment, okay, jetzt habe ich also mit dem Sohn geredet, jetzt möchte ich also mit dem Heiligen Geist reden. Und dann geht man also zum Heiligen Geist, Heiligen Geist, bitte, so, 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 so. Und da gab es auch Momente, wo man irgendwie im Kopf also richtig verwirrt war, welche Gebete soll ich also zu wem adressieren? Da gibt es also Momente, wo man also mit dem Sohn und dann blödlich, ja, okay. Oder gibt es also Leute, die sagen, ah, der Vater ist also zu hart, also lieber mit dem, mit dem, mit dem Sohn. Es gibt noch eine andere Gruppe da, die, die, die haben sich einfach entschieden, nein, 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 wir wollen nicht also mit dem Sohn reden, wir reden mit der Mutter. Weil es also für sie, äh, Gott also eine Mutter hat. Wenn sie sagen, dass sie, dass Gott also eine Mutter hat, und sie nehmen also Maria als, 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 als Mutter Gottes, dann, äh, irgendwie bekennen sie, also dass Joshua Elohim ist. Also, so eine riesige Verwirrung. Und ich glaube, dass viele von uns, viele, diese, ähm, Fragen im Kopf haben und, und wissen überhaupt nicht, also wer Joshua ist. Ich hatte letztes Mal also kurz, ähm, diese Geschichte, also in Lukas Kapitel 4, äh, Lukas 24, wo Joshua mit, mit dieser Jünger gegangen ist, also die sind zusammengegangen, und Joshua musste, musste sie irgendwie die, die Augen öffnen, damit sie erkennen, wer die ganze Zeit, mit, äh, wer die ganze Zeit dabei war. Joshua ist also mit ihnen gegangen. Die sind zusammen, die haben alle zusammen marschiert und so auf, auf den Weg spazieren gegangen, und trotzdem könnten sie Joshua Maschia nicht erkennen. Joshua musste sie die Augen, die Augen öffnen, durch das Wort. Halleluja. Und, lesen wir mal in, ähm, in, ähm, in Matthäus Kapitel, Matthäus Kapitel, äh, 16, kurz mal also diese Geschichte. Matthäus, Matthäus Kapitel 16, ähm, Matthäus 16, ab Vers 13, ich mach's ein bisschen größer, Halleluja. So, Matthäus, 16, Vers 13, Doch, als Joshua in die Gegend von Caesarea, von Philippus gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, Wer sagen die Menschen, dass ich der Menschensohn sei? Also, wer bin ich? Was sagen die Leute überhaupt? Und sie sagten, Sicher, Johann, Johann, also das ist Johannes der Täufer, und andere Elia, also der Prophet Elia, und wieder andere, Jirmea, also Jeremia, oder eine der Propheten. Ja, Verwirrung, wer bin ich? Die Leute wussten nicht. Und dann, sagt Joshua Maschin, Vers 15, er spricht zu ihnen, und ihr, ja, ihr, ihr seid doch meine Jünger, oder? Ihr seid also mit mir, äh, ihr folgt mir, ich folgt also meine Lehre, ihr sagt also, ich bin der Meister. Okay, und ihr, wer sagt ihr, dass ich bin? Also, wer bin ich? Für euch, ja, wer bin ich? Und die Frage stellt Joshua Maschin alle, viele von uns, wer bin ich? Ja, da gibt es also viele Gespräche, Diskussionen, äh, in vielen Religionen, einige sagen, er ist nur ein Prophet, äh, manche sagen, er ist nur ein Prophet, nein, der ist nur so ein Lehrer, oh, der ist also jemand, der viel Liebe verbreitet hatte, und so, und so, und so, Joshua, okay, was? Wer bin ich? Und Vers 16, Simon Petrus antwortete und sprach. Du bist der Maschia, der Sohn des lebendigen Elohim. Halleluja! Der Sohn des lebendigen Elohim. Also, er hatte eine, ähm, eine Offenbarung, er hat etwas bekommen. Und Joshua sagte ganz klar, Vers 17, und Joshua antwortete ihm und sprach. Glückselig bist du, Simon, Jonas' Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Halleluja! Also, Joshua sagt ganz klar, diese, also, dass du jetzt verstanden hast, dass ich also der, 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 der Messias oder der Maschia bin, wurde dir nicht also von irgendwelchen Menschen geoffenbart. Also, er sagte, nur der Vater im Himmel, also, er sagte, du, Joshua, Maschia, du bist der Messias. Das, das als Offenbarung. Aber, es hört nicht da auf. Wer ist dieser Messias? Weil die Bibel sagt, also im alten Bund, dass der, 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 der Messias, also der Gesalbte kommen sollte. Er, 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 er wird kommen. Und er ist der Retter. Er wird das Volk retten. Und wer ist der Retter? Und die Bibel sagt uns ganz klar, das haben wir, also, lässt mal, in, in Jesaja Kapitel 9, also, äh, Vers 5 dort, dass, 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 dass der Herr, kommen, Yahweh, wird das auf diese Erde kommen. Und als Retter. Der wird der Retter sein. Sagt die Bibel. Viele, viele, viel, viel, die Bibel sagt also in, in, in Jesaja Kapitel, äh, 43 auch, Yahweh. Yahweh sagt, ich bin Yahweh. Der Retter. Außer mir gibt's kein Retter. Das können wir also lesen. Das können wir, das können wir lesen. Also, in Jesaja, ähm, Jesaja der Prophet hat das wahnsinnig viel über unser Herr Joshua Maschia, äh, prophezeit. Jesaja Kapitel 43, ähm, Vers, ab Vers, Ab Vers 3. Denn ich bin Yahweh, dein Elohim. Ich, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe als dein Lösegeld Ägypten hin, Äthiopien und Seba an deine Stadt. Und, man, man, er sagt also, ich bin Yahweh, dein Heiland. Ich bin, ich bin, ich bin der, 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 ich bin der Heiler. Ich bin der Retter. Liebe Geschwister. Joshua, Yahweh sagt also, ich bin, ich bin das. Niemand außer mir. Es gibt keinen anderen Retter. Halleluja. Also, ich springe mal so auf Vers, ähm, Vers 11. Vers 11, also, äh, Jesaja Kapitel 43, Vers 11. Ich bin Yahweh, und außer mir ist kein Heiland. Also, das ist kein Retter. Dieser Begriff heißt auch Retter. Halleluja. Es gibt keinen Retter. Ich allein bin derjenige, der rettet. Halleluja. Das ist also, was die, was die, was, was die, was die, was die Bibel uns hier sagt. Und diese Retter, sollte kommen. Diese Retter, diese Retter, sollte kommen. Und, äh, Oseah Kapitel 3, ne, Oseah Kapitel 13. Ach, liebe Geschwister. Als ich, also, das irgendwie, ähm, als ich, also, das, äh, geforscht hatte, wer Joshua ist, Man kommt also auf so viele Bibelfersen, so viele. Es ist die Bibel, also die Bibel spricht von Joshua, Mashiach schon von Anfang an bis zum Ende. Von Genesis, also 1. Mose bis zu Apokalypsis, Offenbarung. Man trifft Joshua überall. Hosea Kapitel 13, Vers 4. Ich aber bin Jahwe, dein Elohim, vom Land Ägypten her. Und du kennst keinen Elohim außer mir. Und da steht, und da ist kein Retter als ich. Wuh, Halleluja. Halleluja. Und wenn Joshua sagt zu Petrus, äh, Petrus, was du gerade als Offenbarung bekommen hast, das haben die ja so kein Mensch. Nein, kein Mensch könnte, das ist vom Vater selber. Du hast das also von meinem Vater bekommen. Halleluja. Also er hat diese Erleuchtung, diese, nicht Erleuchtung, aber eine Offenbarung, wer Joshua Mashiach ist. Der Messias ist der Gesalbte der Retter. Wurde schon lange prophezeit, dass der Messias kommen wird. Aber dieser Messias, dieser Retter ist Jahwe. Jahwe ist als Mensch auf der Erde gekommen. Halleluja. Die Bibel sagt ganz klar, dass er, die Bibel nannte ihn sogar, äh, 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 Immanuel. Huh. Es gibt so viele. Ah, ja, 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 ja. Immanuel bedeutet Jahwe, der, Jahwe mit uns. Hä? Das wurde doch prophezeit. Halleluja. Halleluja. Oh, Joshua Mashiach. Es gibt wahnsinnig viele, viele Beweise in der Bibel, die sagen, dass Joshua Mashiach der Vater ist. Halleluja. So viele, so viele, so viele. Und, 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 und letztes Mal hatte ich gesagt, die Leute haben, also einige Religionen oder, nee, oder Konfektionen, würde ich sagen, Konfektionen haben, Schwierigkeiten, das zu akzeptieren, dass Joshua Mashiach der Vater ist. Ja, ähm, die bringen also irgendwelche, äh, Argumente, wie, ja, wenn, wenn Joshua der Vater ist, also wieso hat er zum Vater gebetet, äh, oder Joshua, der, ähm, wieso hat er, äh, hatte er zum Beispiel gesagt, ja, äh, am Kreuz, äh, ähm, 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 Vater, Vater, warum hast du mich also verlassen? Und, solche Dinge, solche Dinge, so viele, die bringen diese Verse und sagen, nein, das kann nicht sein. Oder, da gibt es auch noch etwas, ja, als Joshua sagte, ähm, äh, äh, das Ende des Zeitalters, nur der Vater kennt das, kennt das Ende des Zeitalters. Und für sie, ja, Joshua kannte das nicht, nur der Vater. Aber, wenn Joshua in Johannes Kapitel, Johannes Kapitel 10 sagt, hey, wer, also ich und der Vater sind, äh, äh, sind, also wir sind eins. Gehen wir mal den, gehen wir mal, gehen wir mal, Halleluja. Halleluja. Ich will heute die Leute beweisen, also alle beweisen, dass Joshua Maschia der Vater ist. Halleluja. Johannes Kapitel 10, Vers, ähm, da gab es also eine lange Diskussion mit dem Pharisäer. Da steht, Joshua bestätigt seine Göttlichkeit, ab Vers 22, ähm, aber ich bringe direkt Vers 29. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer, größer als alle. Niemand kann sie aus den Händen meines, äh, meines Vaters reißen. Vers 30, ich und der Vater sind einer. Also, er ist eins mit dem Vater. Okay. Joshua sagte das, und die Leute waren da so, hey, bist du verrückt? Für wen hängst du dich überhaupt? Vers 31, da hoben die Juden erneut Steine auf, um ihn zu steinigen. Die wollten Joshua Maschia steinigen, weil das für sie also eine Gotteslästerung war. Vers 32, und Joshua sprach zu ihnen, ich habe euch viele gute Werke gezeigt, die von meinem Vater sind. Für welches von denen steinigt ihr mich? Die Juden antworteten, indem sie zu ihm sagten, wir steinigen dich nicht wegen irgendeines gutes Werkes, sondern wegen Lästerung Elohim. Und weil du dich selbst zu Elohim machst, obwohl du nur ein Mensch bist. Deswegen wollten sie also Joshua Maschia steinigen, weil Joshua sich da als, also, er sagte, ich und dein Vater, wir sind eins. Wir sind eins. Da steht also einer sogar. Also, man kann uns nicht trennen. Nein. Oh, Joshua Maschia. Warum gibt es so viele Diskussionen? Weil viele von uns, viele dieser Offenbarung, wer Joshua Maschia ist, noch nicht bekommen haben. Die, diese Augen, ihre Herzen wurden noch nicht aufgemacht. Viele diskutieren und diskutieren, weil sie die Liebe der Wahrheit nicht bekommen haben. Weil Joshua Maschia, weil diese, diese Offenbarung, die Bibel sagt, also, Joshua sagte zu Petrus, ähm, Fleisch und Blut haben dich sowas nicht geoffenbart, nur mein Vater. Joshua, also, wenn Joshua die Augen aufmacht, Wenn Joshua, die Leute, wenn der Vater selber eingreift, dann verstehen die Leute, wer wirklich Joshua ist. Warum wollen wir mit einem, mit dem Schöpfer diskutieren? Warum wollen wir mit dem Schöpfer, der alles erschaffen hat, der so groß ist? Letztes Mal, also, sagte ich, äh, der Schöpfer kann mit Milliarden von Menschen gleichzeitig reden und verschiedenen Themen ansprechen. Könnt ihr euch vorstellen? Milliarden! Er kann sich sogar Milliarden von Menschen sich, also, gleichzeitig im gleichen Moment offenbaren. Wie? Unser, 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 unser Gehirn kann sowas überhaupt nicht verstehen. Philosophen haben versucht, also sowas zu erklären. Wie, also, Wissenschaftler, die können sowas nicht erklären. Wie kann ein Mensch auf dieser Erde sein und im Himmel sein? Wie kann also der Vater im Himmel sein und der Sohn hier und beide sind eins? Wie kann das sein? Oh, Joshua, Joshua, du bist so wunderbar. Man stellt sich also solche Fragen, aber man vergisst auch, wo Joshua genau sagte, ey, ich und Vater sind eins. Wie, wie, er sagte also zu Thomas, äh, wer mich, äh, ich glaube, also Philipp, äh, Philippus, ich weiß nicht mehr, aber er sagte zu einem der Jünger, äh, ähm, weißt du, wer mich gesehen hat, hat Vater gesehen. Ah, suchen wir das mal. Ai, 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 ai. Oh, das Wort ist so wunderbar. Johannes, wo ist das noch? In Johannes Kapitel 14, Halleluja. Johannes Kapitel 14, genau, der Vater und der Sohn sind einer. Also Joshua sagt, also Johannes Kapitel 14, Vers 7. Wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagt zu ihm, ja genau, das war Philippus, Halleluja. Philippus sagt zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Joshua spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie sagst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch spreche, spreche ich nicht aus mir selbst, sondern der Vater, der in mir bleibt, er tut die Werke. Oh, Halleluja, Herr, ich preise deinen Namen, ich erhebe deinen Namen, Joshua Maschia. Du bist so wunderbar, Halleluja. Sogar Philippus, die die ganze Zeit, als er mit Joshua war, hatte das noch nicht kapiert. Er hatte das noch nicht kapiert. Oh, Herr, du bist so wunderbar. Halleluja. Es gibt wahnsinnig viele Beweise in der Bibel, die sagen, wer Joshua Maschia wirklich ist. Dass Joshua der Vater ist. Wenn Joshua sagt, hast du nicht gesehen. Wer mich gesehen hat, hat der Vater gesehen. Halleluja. Und deswegen werden wir, danke, Herr, ich mache mal eine, wie sagt man das, es gibt so viel zu sagen, aber ich würde mich nur um etwas konzentrieren. Das Wort. Halleluja. Dass Joshua das Wort ist. Halleluja. In Johannes Kapitel, Johannes Kapitel 1, Johannes Kapitel 1, Johannes Kapitel 1 steht, am Anfang war der Logos, Logos ist also irgendwie, das ist das Wort, wurde, der aus dem christlichen stammenden Begriff bedeutet, das Wort, Logos ist das Wort. Und der Logos war bei dem Elohim. Logos, das Wort war bei Elohim. Elohim, das ist, wir haben Elohim genommen, normalerweise ist das so Theos. Also Theos, bestimmte Begleiter der, also oder Gott. Also viele haben das als Gott übersetzt. Und Elohim war der Logos. Also in vielen Bibeln, zum Beispiel, also die Bibel von Jehova, die Zeugen Jehova, die sagen hier, und Gott war, und das Wort war ein Gott. Also die, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber genau auf griechisch steht so. Und er war am Anfang bei dem Elohim. Also hier sehen wir, dass das Wort am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, also bei Elohim. Und Elohim war das Wort, also war der Logos. Alleluja. Elohim ist Logos. Elohim ist das Wort. Alleluja. Und hier steht also Vers 3. Alle Dinge sind durch diesen gemacht worden und nicht, was gemacht worden ist, wurde ohne ihn gemacht. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat es nicht erfasst. Halleluja. So, wir springen also Vers 9. Das Licht war das Wahre, das jeden Menschen erleuchtet, als es in die Welt kam. Er war in der Welt und die Welt war durch ihn gemacht worden, aber die Welt hat ihn nicht erkannt. Also das Wort hat alles gemacht. Also Elohim, dieser Theos, deswegen steht also er hier, hat alles, nee, Logos, hat alles gemacht und alles wurde durch diese Logos gemacht. Halleluja. Und deswegen haben wir also hier, er war in der Welt übersetzt. Er ist zu seinen eigenen gekommen und seine eigenen, also er war in der Welt und die Welt war durch ihn gemacht worden, aber die Welt hat ihn nicht erkannt. Vers 11. Er ist zu seinen eigenen gekommen und seine eigenen haben ihn nicht aufgenommen. Allen jedoch, die ihn aufgenommen haben, die an seinem Namen glauben, hat er die Macht gegeben, Kinder Elohim zu werden. Die nicht aus Blut oder aus dem Willen des Fleisches oder aus dem Willen des Menschen, sondern aus Elohim geboren sind. Halleluja. Und hier Vers 14. Liebe Geschwister, Vers 14. Also wir reden die ganze Zeit, also von Anfang an geht es um Joshua Maschia. Joshua ist das Wort. Vers 14 steht, und der Logos ist Fleisch geworden. Also das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns sein Zelt aufgeschlagen. Er ist also auf diese Erde gekommen. Dieses Wort. Und wir haben seine Herrlichkeit betrachtet, eine Herrlichkeit wie die Herrlichkeit des einzigen Sohnes des Vaters. Also der Sohn des Vaters ist das Wort. Und dieses Wort hat also Fleisch, ist Fleisch geworden. Dieser Logos ist Fleisch geworden und dann ist er auf diese Erde gekommen. Und es geht um Joshua Maschia. Also das Wort musste sich also begleiten. Das Wort ist also als Mensch auf diese Erde gekommen. Halleluja. Oh Joshua Maschia, ich preise deinen Namen. Wie werde ich, Herr, gib mir die Weisheit, gib mir, führe mich, leite mich. Wie soll ich das überhaupt zusammenbringen, damit die Geschwister verstehen, also wer du wirklich bist. Halleluja. Ich versuche das also mit meinen Wörtern, mit meinem Deutsch, also das Ganze zu erklären. Halleluja. Weil es so viele Bibelfersen gibt. Wahnsinn. Ich werde gerade mit so vielen Versen bombardiert. Wie bringe ich das also überhaupt zusammen? In Johannes Kapitel 1, Vers 14 sehen wir also, dass das Wort Fleisch geworden ist. Die Bibel sagt uns auch, dass Yahweh, Yahweh das Wort ist. Yahweh ist das Wort. Halleluja. Und dieses Wort ist manchmal also auf diese Erde gekommen. Glaubt ihr, dass Yahweh das Wort ist? In 1. Mose, also Bereshit. Kapitel 15. Kapitel 15. Lesen wir mal aus Abvers 1. Weil, es gibt da so einen Begriff da drin, also das wurde irgendwie falsch übersetzt. Oder ja, man versteht das auch so. Nach diesen Dingen erschien das Wort des Yahweh dem Abraham in einer Vision. Also, noch mal. Vers 1. Nach diesen Dingen erschien das Wort des Yahweh dem Abraham in einer Vision. Sagen, fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dir ein Schild, dein großer und endloser Lohn. Also, die Bibel sagt hier, dass das Wort ist zu Abraham erschienen. Nicht, dass das Wort ist, er hat das Wort gehört. Nein, nein, nein. Nein. Die Bibel sagt also, das Wort ist zu ihm gekommen. Schauen wir mal also eine andere Bibel. Vielleicht also in Luther. Nehmen wir mal also die Bibel, ähm, Lutherbibel. Lutherbibel sagt also, nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham geschah. Genau. Da, geschah das Wort des Herrn im Gesicht und sprach. Also, das Wort ist zu ihm gekommen, hatte sich gezeigt. Das Wort des Yahweh hatte sich also zu Abraham gezeigt. Also, Yahweh ist das Wort. Nochmal. Ne. Nach diesen Dingen erschien das Wort des Yahweh dem Abraham in einer Vision. Vers 2. Und Abraham sagte, Adonai, Yahweh. Wow. Adonai, Yahweh. Was wirst du mir geben? Danke, Joshua Maschia. Abraham hatte das Wort gesehen. Dieses Wort ist also wie ein, er ist ihm erschienen. Abraham hatte das Wort gesehen und dann, er hatte das Wort Yahweh, Adonai, Yahweh genannt. Was wirst du mir geben? Weiter. Ich gehe dahin, kinderlos und der Sohn, der Besitzer meines Hauses wird, ist dieser Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, mir hast du keinen Samen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird nicht beerben. Und siehe, das, Vers 4, Vers 4 noch. Und siehe, das Wort des Yahweh ist ihm erschienen. Sagend. Boah, 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 boah. Also das Wort Yahweh hatte zu ihm gesprochen. Das Wort war wie eine Person, eine Gestalt. Es ist ihm erschienen. Und Abraham hat dieses Wort, das Wort Yahweh, Adonai, Yahweh genannt. Dieses Wort, das Wort Yahweh sagte. Oh mein Gott, das ist so wunderbar. Das Wort sagte, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leib kommen wird. Der wird dich beerben. Und er ließ ihn hinausgehen und sagte, blick doch gegen den Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sagte zu ihm, so wird dein Same werden. Und er glaubte an Yahweh. Also, Abraham glaubte an Yahweh, das Wort. Und er rechnete es ihm, es ist ihm zu Gerechtigkeit. Vers 7. Und ich hörte auf. Und er sagte zu ihm, ich Yahweh, der dich herausgeführt hat aus Ur in Chaldea, um dir dieses Land zu geben. Es in Besitz zu nehmen. Ich, Yahweh. Also, das Wort ist ihm erschienen. Und hier sehen wir, dass das Wort Yahweh ist. Halleluja. Also, kein Wunder. Als Joshua zu den Juden sagte, hey, der Israelte sagte, Abraham hat meinen Tag gesehen. Nein. Und dann haben sie alle gesagt, du bist nicht mal 40 oder 50, weiß nicht mehr wie viel. Und hast du schon Abraham gesehen? Bist du verrückt? Haben sie alle gesagt. Aber Joshua sagte, Abraham hatte meinen Tag gesehen und hatte sich gefreut. Das heißt also, Joshua hatte es schon mit Abraham zu tun gehabt. Da er ist das Wort. Dieses Wort ist Abraham erschienen. Halleluja. Dieses Wort ist also zu Abraham gekommen. Abraham hatte sich also mit dem Wort unterhalten. Er hatte das Wort gesehen. Oh, Joshua, Mashiach. Wunderbare. Wunderbare. Das Wort ist also zu ihm gekommen. Das Wort. Abraham hatte also mit dem Wort geredet. Es gibt so viele Beispiele, wo Elohim als Fleisch auf der Erde gekommen ist. Obwohl die Bibel sagt, die Bibel sagt, also wer, 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 wer der Herr sieht. Jahwe hatte das also, oh, 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 Joshua, Dankeschön. Danke, 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 Herr. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Es ist, es gibt wahnsinnig viel zu sagen, viel zu sagen. Der Herr hatte Moses gesagt, wer mich sieht, du kannst, du kannst mich nicht, also, du kannst meine Gesichter, also meine Gesichter nicht sehen. Wer mich sieht, also, wird sterben. Du kannst mich nicht sehen und trotzdem weiterleben. Oh, in, oh, 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 nee, äh, wo steht das? Ja, wenn wir nicht mehr in Israel gehen, also, ähm, zweite Mose, zweite Mose 33, gehen wie zweite Mose 33, ah, liebt ihr das Wort? Hä? Ist das Wort also gut, schön? Äh, Mosche will die Ehrlichkeit des Jahwe sehen, genau. Also, äh, genau, äh, zweite Mose, also Exodus, Kapitel 33, Vers 18, aber wir werden, äh, wir werden nur Vers 20 lesen, und er sagte, du vermagst nicht meine Eingesichter zu sehen, denn nicht kann ein Mensch mich sehen und leben. Niemand, niemand, niemand kann, also, Vater, der Vater, also, Jahwe sehen und leben. Nein. Darum, deswegen sagt die Bibel, Jahwe ist auf die, er musste sich bekleiden, als, er musste sein Fleisch kleiden, er musste sich also als Mensch. Du kannst seinen Gestalter einfach nicht so sehen, er musste sich bekleiden. Nein, das Wort wurde Fleisch, Halleluja. Das Wort ist Fleisch geworden. Sogar Jakob sagt also, in der Bibel steht also, Jakob sagt, ich habe mit dem, ich, 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 ich habe mit dem, äh, er hatte mit dem Herr, mit dem Herrn, mit Elohim gekämpft. Und die Bibel sagt ganz klar, ich habe Elohim Angesicht, zu Angesicht gesehen. Und meine Seele hatte sich also gefreut, sagte, sagte Jakob in der Bibel. Halleluja. Jahwe musste sich also bekleiden als Mensch, sonst hätte Jakob überhaupt nicht, Jakob hätte sein Angesicht überhaupt nicht gesehen. Das, das Gleiche mit, 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 mit Abram. Abram, Abram hatte das Wort gesehen, Halleluja. In, oh, nur ein Beispiel, in Jeremia, Jeremia, Kapitel 1, oh, danke, Joshua, Maschia. Jeremia, Kapitel 1, diese berühmte, äh, Vers, also ganz am Anfang, Jeremia, Kapitel 1, Worte Jeremia, Kapitel 1, Vers 1, Worte Jeremia des Sohnes Hilkiah von den Priestern, die zu Anatot waren im Land Benjamin. Zu, 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 zu welchen, da steht also Vers 2, zu welchen das Wort des Jahwe geschah. Das Wort Jahwe ist, ist zu ihm gekommen. Vers 3 Vers 4 Und das Wort des Jahwe geschah zu mir also Das Wort ist zu ihm erschienen wieder Das Wort geschah zu mir Ehe ich dich im Mutterleib bildete Habe ich dich erkannt Und ehe du aus dem Mutterschuss hervorkamst Habe ich dich geheiligt Zum Propheten an die Nationen habe ich dich bestellt Vers 6 Und ich sagte Ach Adonai Yahweh Jemir sagte Ach Adonai Yahweh Siehe Ich weiß nicht zu reden Denn ich bin jung Da sagte Yahweh zu mir Also dieses Wort Das Wort Yahweh Ist ihm erschienen Da sagte Yahweh zu mir Sage nicht Ich bin jung Denn zu allem Wohin ich dich senden werde Sollst du gehen Und alles was ich dir gebieten werde Sollst du reden Fürchte dich nicht von ihnen Denn ich bin mit dir Um dich zu erretten Sprich Yahweh Also Yahweh der Retter Yahweh das Wort War bei Jeremia Ist zu Jeremia Also ist zu Jeremia gekommen Und Jeremia Hatte mit dem Wort Yahweh geredet Halleluja Joshua Mashiach Ist Der Vater Joshua das Wort Ist Yahweh Darum sagte er Wer mich gesehen hat Hat der Vater gesehen Wer mich gesehen hat Hat der Vater gesehen Halleluja Ich würde da Ich würde das also Ich würde da also Beenden Yahweh Das Ist das Wort Und Joshua Ist das Wort Halleluja Und das werden wir Es gibt so viel Über Joshua Über Über Das Thema Zu sagen Die Verwirrung Kommt einfach Weil die Menschen Weil wir Unser Herr Mit unserem Menschen Mit unserem Gehirn Da Überhaupt Verstehen wollen Aber der Glaube Geht über Unser Gehirn Über Unser Verstand Über Alles Joshua Mashiach Muss uns Diese Offenbarung Geben Viele haben das Noch nicht bekommen Es gibt sogar Leute Die sagen Ich kann das nicht Erklären Ich kenne nicht Also so viele Bibelferse Zu sagen Wer Joshua Mashiach Ist Aber Ich bin fest Überzeugt Joshua Ist der Vater Joshua Und Yahweh Sind Einer Halleluja Im Namen Joshua Mashiach Wir sagen Amen Halleluja Bis zum nächsten Mal Im Namen Joshua Mashiach Amen